wie hier und was geht ab meine lieben freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren auf einen unboxing moment derseits heute habe ich die liebe box von unserem endo und zwar bonität heißt das gute stück von alles oder nix or records sieht die box aus davon haben wir dreimal den guten mann ich schnackele jetzt hier gar nicht lang rum sondern packe direkt aus wie ist das wetter eigentlich bei euch das ist so ein bisschen zufällig das muss man schon sein das ist das selbe ist das geht auf so ein paar inhalte immer wie ich noch immer von unten nach oben auch alles hier raus jetzt haben wir hier ein paar sticker haben wir hier sticker rein noch ein sticker sehr viel sticker hier ist auch noch ein sticker hier drei so stickers von bonität steht hier noch den können wir schon das war jetzt hier gerade einmal hin und können wir auch schon bonität tour haben wir hier brauchen wir hier in den shop dann ein schönes pürster hier zwei haupte inhalte doppeltseitig betrucht und das andere bild so und dann haben wir hier eine adokam karte von ihm dann das album meine lieben freunde packen wir es mal aus bin gespannt was drin ist also das ist jetzt wahr das ist das das ist das das ist das das ist das Hier ist das Buchnetz. Entschuldigung, da war Vater 11. Dann haben wir ein Schaltdienst, eine Bonität an den Händen, auch noch so ein Zeugs. Ich muss jetzt aber wahrscheinlich gleich hoch, da wo ich hin muss, weil ich gerade ein bisschen probieren möchte. Und eine Käppi, einer featuring Puma. Ja, ich fange jetzt mal wieder mal schauen, was los ist. Ist ja kaputt bei uns, wenn ich es mal zukriegen würde. Das ist jetzt ein kurzes Unboxing. Ich weiß nicht, was los ist, aber ich muss schauen, vielleicht kann ich dir helfen. Entschuldigung für dieses kurze Unboxing hier, aber ja, schau ich mal. Bis deine Amigos. Tschau.